An Tag 26 bin ich wieder voll durchgestartet. Ganze 25 Kilometer standen auf dem Plan. Es ist herrlich ruhig hier. Es wird gleich wieder ruhiger. An diesem Tag hatte ich das Gefühl, ich hätte ewig wandern können. Aber machen wir erstmal eine kurze Pause. Fritsche Brötchen vom Bäcker. Und dazu lecker Brombeermarmelade. Ich bin wieder durch so viele schöne Dörfer durchgekommen. Man merkt, wir kommen Frankreich näher. Und heute sind es nur 30 Grad. Schön. Weiter geht es auf herrlichen Radwegen. Und Weinshelder. Jede Menge Weinshelder. Ja, und der ist auch schon reif. Kleine Stärkung. Lecker. Lecker. Ziel des Tages war Bad Bergzabern. Und dort habe ich Erika kennengelernt. Bei ihr durfte ich auf der Club Couch übernachten. Und das war Tag 26 meiner Reise. Wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Ciao. Ciao. Das war's für heute.